Trotzdem noch einmal, das würde mich schon interessieren, war ja eine sehr emotionale Geschichte und es war ja auch Liebe, wie wir erfahren haben. Wir schauen noch einmal kurz rein in diesen doch sehr tränenreichen Rücktritt. Christian von Bötticher, bitteschön. Mir geht es nun darum, entstehende Belastung für meine Partei, den aufziehenden Wahlkampf abzuwenden, aber insbesondere mir geliebte Personen und meine Privat- und Intimsphäre zu schützen. Was uns erst aufgefallen ist, als wir uns das nochmal angesehen haben, ist das kleine schmutzige Detail ganz am Ende dieser Rücktrittserklärung. Und pass mal auf, er fragt nach einem Taschentuch. Brauchen wir mal ein Taschentuch? Ja. Mir geht es nun darum, entstehende Belastung für meine Partei. Da steht ein Parteifreund dahinter und der hat ein Taschentuch. Pass auf, und der könnte ihm dieses Taschentuch jetzt reichen. Der Parteifreund, ja, hier links im Bild, Achtung, und er fragt also nach diesem Taschentuch. Und jetzt greift der Kollege, der Parteifreund, dahinter nach einem Taschentuch und Achtung, gibt es ihm nicht, sondern nimmt es selbst. Das ist eine Sauerei.